Oh, hier ist Vergasungsgranaten. Der eine ist wide und low. Knocked. Der andere ist auch ein richtiger Bob, alter. Alter, wenn man mit dir spielt, ne? Yes. Dann muss man Angst haben. Weil du alle findest close. Aber das... Möge wohl wahr sein. So gemein immer. Das find's schon. Oder was ist gut, alter? Rudi, hast du schon ne neue Pumpe, oder was? Jawoll. Nö. Achso. Behalte. 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 Gebt sich ein, alter. Bleib. Oh, oh. Looks so bad. Ich hab zwei Kills. Oh, hier kommen auch noch welche. Die können ja fliegen, die werden Opfer. Da gucken sie. Ja, bitte festhalten, danke. Ähm, das ist schon fest. Komm bei rein, eher. Sehr wunderbar. Okay, elegant. Digga, 1,4 Millionen Punkte. Der Hammer, Brodi, der Hammer. Du bist cool. Du schul. Nee. Nee. Oh, vor uns, rechts. Oh ne, direkt vor uns. Digga, das sind das richtige Bobs. Das sind richtige Bobs. Das sind richtige Bobs. Ja. Ach du Scheiß. Was? Das waren ja richtige Fabios. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass du mit dem Handy noch mitzockst. Ganz deiner Art. Digga, vor allem, die fallen erstmal nur in unsere Richtung. Bleib mir erstmal stehen, schnell ab. Hör mal. Die haben mir leid getan. Erstmal die Lage checken. Boah, da kommt ein Flugzeug. Digga, warum ist hier dieses Seilbahn-Geräusch? Das ist dieses Seilbahn-Geräusch. Holy shit. Gut, wenn man jetzt was von welcher Seilbahn wäre das auch geil, aber... Das ist ja, gut, das wäre dann schon wieder geil, aber... Hä? Wo ist das da? Ich möchte den Lukas nicht. Ah, der Angriff war. Hinten irgendwo. Da kommen noch welche von W aus der Zone mit dem Flugzeug, glaube ich. Ah, Jo, der Tank ist ja grad her. Der ist auch... Ach, der hat sich grad... Warte, 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 warte. Down. Arme. Nichts Köppchen raushängen lassen. Der Arme. Der ist da sogar eine Spielmacherin. Die war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber so war das dann halt immer... Geil. Wie viel Arme Munition hast du? 700. Gib mal was, ich hab 100. Oh. Oh. Thank you. Oh, jetzt guckt er uns zu, Alter. Jetzt kann ich... Kann man mal ein bisschen eingeben, dass wir weggehen können. Na gut, boah, Mann ist der. Warte. Ja, warte, 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 vor uns das Gegner. Hund, Alter. Ein 50er. 30er. Oh, Ludi. Nice. Den Ludi. Am Geier, man kennt's doch. Ah, der ist die Team hier direkt noch. Als Ansprechpartner. Ja. Was ist los mit uns? Ach, keine Ahnung. Brauchst du irgendwas an der Munition? Ach, ne, danke. Du. Ne, danke. Das ist so weit. Ah, Frau, muss ich gleich bauen. Holz. Ah, ja, genau. Da ist doch jemand drin. Ich dachte grad schon. Da ist doch mal PRPG drin ist. Oh, oh, Ludi. Vor uns direkt unten. Einer down. Ein. Warte, den schießen wir hier oben raus. Warte. Perfekt. So abgestaubt. So abgestaubt. Warte, da rechts nach dem Ballon. Achtung. Da kommen noch welche. Ja, da sind drei Leute gut. Da der vor uns direkt nur. Oh, da hab ich was reinbekommen von W. Wo wir eben den Kerl gekühlt haben. Achtung. Die pushen mir, oder? Na, warte. Von links noch direkt. Der muss jetzt zu uns. Bro, ich treff nicht. Kann ich Kill bekommen? Ja, ja. Da. Ja. Okay. Nice. Da hat ein bisschen was gebracht. Direkt links, oder rechts von uns ist noch jemand. Rechts? Sniper. Ja. Genau da. Von uns direkt. 150er. Oh, fuck. Ja, aber der hat auch noch 150er. Ach, jawohl. Jojo, genau. Nein, fuck. Ach, man. Oh, fuck. Okay, ist der weggegangen. Oh, der hat einfach ein Loot. Der, irgendwo ist der, ach, da hinten ist der schon wieder. Spiels aber safe jetzt, komm. Jo. Ich doch immer. Ja, ja. Jetzt bin ich doch. Ich und safe, das ist meine Zeit da vorne, aber. Safe, Fabio. Safe. Der, ich hab Angst auf. Der, der hier vorne. Die jetzt noch kommen. Wie ist die, die mucken? Mhm. Er kommt nicht. Und das war meine Toiltreppe. Digga, was ist ein Bob? Der Bob, ach, fuck. Da hinten, genau der. Das ist dieser. Ah, fuck. Schade. Der trifft auch jeden Schuss, ne? Von Brainplayer hat aber nie was gehört gefühlt. So. Crossbow. Held ich erstmal. Jo. Mit Minis. Ich glaub, der wurde von Sturm gestreckt. Wieder gestreckt oder so. Hä? Nooo. Ne, geht gar net. Glaube ich. Das ist hoffentlich noch zu viel am Leben. Halt, halt, halt. Genau. Das ist der. Äh, das ist der. Wegen Raketenhilfe. Ach, genau. Gigi. Oh, cool. Digga, ich hab 27 Kills. Ja, ich hab 5. Nur eigentlich 16 Kills. Oh, die. Gigi. Gigi's. Ach, Fabio. Ach, Luis. Wir sind schon schlecht. Mhm. Ach.